Der Tag wird kommen, an dem man sich entscheiden muss. Marie? Ja? Und? Was war die Frage nochmal? Ja, herrten, ob den herrten willst. Der Tag, an dem man jemand, kann ich dir helfen, Besonderen kennenlernt. Woher bist du denn? Aus Galiläa. Galiläa, Galiläa. In Palästina. Ah, schön, schön. Oh Gott, ein Terrorist. Jemand, der etwas seltsam ist. Er ist in der Stadt. Wer? Er. Oh Gott. Ich komme aber auch immer an Männer. Du willst also sagen, nächste Woche Dienstag geht die Welt unter? Ja. Jetzt sei nicht so heilig, ich sag's. Scheiße. Er ist genau wie damals. Aber da hattest du eine andere Nase. Ah! Verfrüßt! Das Gesicht des Herrn. Oh mein Gott. Mach ihn zu Menschen. Warum bist du hier? Bei mir? Der letzte Tag hat begonnen. Und Weltuntergang war noch nie so romantisch. Mein ganzes Geld habe ich gespendet. Nur dem Benedikt habe ich nichts gegeben. Ehm? Den Papst. Kennst du nicht? Untertitelung des ZDF, 2020